Oh, Telefon! Vielleicht von Waltraud? Hallo, Gerd! Oh, gut! Danke schön, Gerd! Mein Gerd nicht. Wie geht's? Irgendwann die Geschwistern kommen. Duda, polnischer Präsident. Ja, gestern Duda getroffen mit deutschem Präsident. Ja, wir haben es gesehen am Fernsehen. Ja, vom Fernsehen. Und ich heute gesehen von der Zeitung. Nein, ich gucke. Ja, aber... Gut. Ja, auch für dich. Ja, Gerd, geht an. Das ist schön, der Film. Ich schicke einen Greif über. Ich schicke noch gleich hier. Oh? Ich schicke noch. Ja. Ich schicke noch. Ich schicke noch. Ja. Ich schicke noch. Ja, wir haben... Ja, wir haben das hier auch mitgebracht. Radler. Ja, Radler. Ja, Alkoholfrein, oder normal? Ja, Gaby fährt, Gaby fährt nicht. Schönen Sieg mal sofort. Ich? Alkohol frei. Ja, ich fahre mit Auto. Alkohol frei. Dann kleine vielleicht mit Alkohol. Ja, okay. Ist Johann auch Radler? Hast du auch Radler oder Bier? Wie hast du ein gemischtes? Richtiges Bier mit Alkohol? Ich habe gesagt, eh der Tee weggeschüttet, dann trinke ich den auch. Hm? Radler trinkt. Johann trinkt Tee mit Zitrone, Saft und Bier auch. Ja, kaufen wir denn Alkohol frei? Nein, mit Alkohol. Jetzt gerade auch gesagt, mit Alkohol. Ja, okay. Ja. Unglaublich. Johann trinkt alles. Und alles essen. Immer Appetit. Stimmt? Ja, der hat voll gut Kuchen gewonnen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Vier Stück gegessen. Ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, der hat keinen Mittag gehabt. Aber da sagt Heike, Arthur kocht jedenfalls. So, das meine ich ja. Und von mir hat er auch schon. Ja, der lieben Gummerein. Stimmt mit Alkohol wieder ein. Und sing aus Freude. Die Wahl ist los. Er ist so super gemützelt. Pum, Pum. Ja, das ist ein Joasinsatz. Ja. Oh, danke schön. Und du willst kein Radler haben? Ja, das ist Radler. Ja, das ist Radler. Ja. Auf mein Geburtstag. Es ist alle noch hören. Schöne Sahne. Kein Problem rasierend Bad. Von dieser Sahne. Ja, ja, ja. Hat Sabine organisiert. Musst du noch kommen? Na ja. Ja, ja. Ja, ja. Auch kleine Kollegen kommt. Kleine Mücken. Oh, Prost. 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 Sein so kalt gewesen. Kann man sich nicht vorstellen. Schöne Schein. Hey, hey, hey! Schön! Toll! Matiusi Lovanisch. Matiusi heilt so kalt! Der Kanarienvogel ist ja auch noch da. Der lebt immer noch. Es sind spezielle Filme nach den USA. Wenn ich zu Hause bin, kann ich die ganze Familie begrüßen. Bitte sagen Friederike. Friederike, wünsche mir alles Gute. Ich kenne sie doch gar nicht. Friederike kennt uns wohl. Johann, sag mal Friederike. Schöne Grüße, Friederike. Schöne Grüße, Friederike. Prima, prima. Geburtstag, lieber Mann. Geburtstag, viel Glück. 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 Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Er lebe hoch! Bravo! Du kannst den Singen dabei... Ja, das hat er. Der hat, der hat, der hat er. Ja, der hat letzter Wahl, er würde immer blau, aber nicht mehr, das ist nicht blau. Wenn das nicht krank muss kommen, er hat alles gesorgt. Sehr gut, Herr Tors. Und nun haben wir einen Herzschrittmacher bekommen. Ja, das kann nicht so lange Zeit werden, das Schlecht wird. Nun haben wir uns einen Herzschrittmacher bekommen, und dann kommen wir das noch aus, und dann können wir das noch einmal haben. Ja. Ich bin wieder zuhause. Ja, stimmt. Dann wollen die anderen nicht auch irgendwer, dann können wir auch helfen. Ich bin ja auch in den Haus. Ja, und von Montag, ist auch noch wenig los. Sabine ist schon von mir, glaube ich, das hat nur geschnitten. Ja.